Das war absolut sensationell, was du hier vorgelegt hast. Und hier mein lieber Freund Tollin, der sagte gerade, meine Herren, hast du hier ein Brett hingelegt. Sensationell. Dieser Film unglaublich fachlich gut wird, wo es um klar Aussagen geht, klare Erklärungen der Situation und hinten ganz, ganz tief in die Philosophie reingeht. Nämlich, dass die Menschen zusammenkommen, dass wir zuhören, dass wir mit allen reden. Und mit Menschen zu reden, heißt nicht für jemanden zu reden, sondern das heißt, ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Und so wie Scholler Thur das früher getan hat, der mit den größten Despoten gesprochen hat, die nicht beschimpft hat, denen mit Respekt begegnet und versucht hat zu verstehen, wie die ticken. Und ich glaube, dieses Verständnis in die Gesellschaft zu bringen, den Hass rauszubekommen und wieder miteinander zu reden, statt sich niederzupfeifen, das ist elementar. Und ich glaube, die Einheit, da sind so wahnsinnig viele spannende Sätze da drin, die mir in der Meinung geblieben sind, war, wenn wir nicht mehr miteinander reden, dann fangen wir an, miteinander zu kämpfen. Und das ist der Anfang vom Ende. Marie, höchsten Respekt, das war eine sensationelle Leistung, die du abgeliefert hast. Und ich hoffe, dass dieser Film überall gezeigt wird. Wir haben, glaube ich, alle die gleiche Befürchtung, dass das nicht der Fall sein wird. Wir werden alles, was uns Mögliches tun, damit dieser Film so drei Kino möglich geschreut wird. Und unsere volle Unterstützung auf jeden Fall für dieses wunderbare Meisterwerk. Vielen, vielen, liebe, lieben Dank, Marie. Applaus Vielen Dank.